Ich bin jetzt am E.T.E. Ehrentrophäe Aufträge hab ich jetzt eigentlich ja keine, ne? Ne, so sieht's aus. Ich glaub ich werd einfach mal mit dem anderen und dem Leon jetzt mal einen Tag nach Frankreich gehen. Äh, weil die müssen das ja schaffen noch da irgendwie diesen Artikel mal zu schreiben. Sie fragt bloß immer, wann ich das denn mache. Ich guck gerade nebenbei, was mein Hund macht auf dem Boden. Mach wieder irgendwas. Ja, Druck auseinandernehmen, das ist immer gut. Nein, lass das mal. Nicht gut. Nein. Nicht den Druck auseinandernehmen. Ich hab auch nix, was zu tun anscheinend. Na, jetzt das Klo hier so erstmal um drei Uhr nachts irgendwie mal zu fixieren. Na gut, äh, lassen wir es jetzt mal sein. Ich kann mich jetzt erstmal wieder schlafen und schlafen. Und wieso steht das eigentlich noch mehr hier? Na gut. Ich hab Charlie jetzt schon am Klo. Ja, aber er ist irgendwie noch genervt. Freund verloren. Tut weh, ein Freund zu verdienen. Aber die Situation ist nicht aussichtlos. Hä? Wer hat denn hier noch einen Freund verloren? Er hat auch einen Freund verloren. Habe ich mich etwa mit Charlie auseinandergezeigt? Nein, nicht mein Charlie. So, schläft das hier jeder? Er hat auf jeden Fall schon mal aufgehört zu schneiden, dass er finde ich schon mal etwas schönes. Ist da irgendwas schönes? Ne, liebes Brief schicken an. Was ist denn mit Pancho? Pancho muss noch was zerstören. Okay, gut, dann müssen wir Pancho. Aber eigentlich hätte er doch was zu zerstören, ne? Na gut. Das hat eigentlich was. Der braucht nichts. Na ja, Charlie. Was ist schon wieder so viel Scheiße dort? Was macht denn das alles da? Wäre auch so geil, dass hier das Bett ist alleine schon wieder zu groß. Wenn eigentlich halt... Ne, die Wände alle nicht älter eigentlich. Das ist eigentlich ausgestellt. Tage bis zur Äußerung. Ach doch, die werden ja älter hier automatisch. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Das habe ich jetzt nicht schon mal ausgestellt. Optionen. Gesamtdauer, ja, 28. Wo waren das? Da. Alterung aktivieren. Das machen wir aus. Weil ich es gerne von Hand machen möchte. Okay. Arne stinkt. Leon stinkt auch halbwegs. Der Schnee geht jetzt langsam auf jeden Fall schon mal weg. Der Schuhbus kommt um 8. So Leon, ich würde mal noch schnell duschen gehen. Dann geh doch was essen. Mann. Ah so gut, er nimmt jetzt erstmal ein Bart. Sieht auch schön aus hier so finster, schön zu, schön so gefroren, sag ich mal ne. Warte mal André. Du kannst ja... Nee, nee, nee. Du weißt jetzt mal nicht das Tier. Du musst jetzt mal gerade reisen. Ist schon wieder am Gitarre spielen, unglaublich. Wir gehen nach Frankreich. Ich, ähm... Ach, da muss man wie das Minimum Level von drei Tagen... Nee, da muss ich das mal am anderen machen. Weil drei Tage ist mir jetzt ein bisschen zu happig, äh, für diese Aufnahme. Dann mach ich das lieber ein anderes Mal. Panscho, willst du nichts essen gehen? So, Leon ist auf dem Weg zur Schule. André ist auch schon auf dem Weg. Er ist noch im Baden. Und der Stallion. Du, 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 du. So, ich glaube, ich habe schon mit der Unterwäsche. Nö, das passt doch nicht irgendwie zum Zorn gerade. Das ist auch zu geil, wie er da rausfrisst. So, also ich kann jetzt erstmal schnell, gibt es noch Reste irgendwie? Äh, Snack essen, Müsli, ich mache auch mal Snack essen, Brot mit Marmelade. Was würde er eigentlich zu stellen? Dann müssen wir noch mal kurz gucken, was wir für den Kleiner haben. Von den kleinen Pancho. Dü-dü-dü-dü. Ein Naschball. Kauft hier Fütterstation. Was es also gibt, noch nicht mehr nicht leisten kann. Weil ich keine Simpoints habe, Alter. Hier wieder wieder großartig. Hauptsache extra Geld noch verdient dran, ne? Pancho. Warum kann Pancho darauf nicht agieren? Neutral darauf reagieren. Wo ist denn der Chachabär? Chachabär, wo bist du denn? Wo ist mein Chachabär? Okay. Zuneigung. Hand mich schniffen lassen. Zuneigung. Streicheln. Mach mal alles schön nach dem Frühstück, würde ich einfach mal sagen. Ich habe auch schon wirklich keine Idee, mal hier angefangen habe aufzunehmen. Ja gut, ich glaube, ich habe eine Richtung. Ich nehme das eigentlich jetzt auf, bevor ich überhaupt die zweite Aufnahmestation hochgeladen habe, schon überhaupt angefangen habe, hochzuladen. Weil das ist ja auch schon wieder eine Sache bei mir. Momentan habe ich richtig Bock auf Sims 3. Ich spiele es auch gerne. Ich spiele zwar nicht offscreen so wirklich viel. War eigentlich gar nicht. Ich spiele eigentlich nur das hier. Oh, versteckte Machen. Ausstimpfen für Zerstörer ist Kauen. Ich spiele es auch gerne. ja das ist der tatsche bär so wollen wir es auch haben es kommt um amma charlie muss das sagen rechnen mit charlie match ab jetzt hause hier bei uns deswegen sage ich ab und zu gleiche das ist der tatsche wer so okay gut jetzt kannst du wieder dich an einem fall ansetzen und zwar müssen wir jetzt ermittler nachvoll suchen sind alle hungrig ne leeren unser christ ach nee sind ja nicht hungrig sind heute auf dem polizeirevier stimmt ja die hatten ja heute diesen ausflug dafür verstehe da war jetzt irgendwas in wir spielen wir ja ein bisschen übertrieben und ich hätte auch schon vorher ausmachen sollen ich habe auch manchmal so ein gefühl ich brauche einen neuen pc nur für sims haben jetzt mal ordentlich flüssig aufnimmt na was hast du denn schon für uns gefunden jetzt bei bei flamingo tornten wolf hat sich hat sich ganz aufgelöst an mich gewandt da scheinbar ein sehr teurer flamingo verschwunden ist man alter her sagt immer flamingos haben schöne lange beine aber ein hässlichen schnabel frage ich doch mal tornten wolf wer den vogel genommen haben könnte ok dann machen wir das doch gleich meine ich habe auch nichts sonst zu tun hier von daher fast schon draußen schafft auf jeden fall jemand durch den schnee und die muss ja auch noch mal nach china begeben und das athletik level auch noch erreichen mein welte chef die muss jetzt mal auf toilette ok ich bin schon da das schneit schon wieder ich kriegt eine krise hier zugeschneide autos hier wie jetzt hier ich 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 habe gehört aus dem flamingo verloren oh schon wieder drei leute fragen was tornten wolf war zu aufgebracht und mir braucht warum von den verdächtigen oder dem verbleib des vogel zu nennen am besten höre ich mich meine stadt um wo der vogel stecken könnte na komm mal winterfest hier besuchen bei ich das charlie athletik finden eine stunde berufserfahrung so wollen wir gucken okay bis jetzt ist hier keine weitere person doch da unten naja kann man snowboard fahren das so cool